und jetzt erstmal locker Richtung Uppsala kurz zur Scheibe und heute ist der 6.7.2015 es ist der dritte Tag bei der Hansen und die Reise soll noch knapp lang gehen und dann wieder zurück durch Schweben keine richtige Reise mit der Natur und auch durch die Ghettos von Schweben Almöe war geschont und andere Kleinstädte natürlich auch vor Stockholm kommt dran und dann wieder zurück und dann wieder zurück und dann wieder zurück ... ... ... ... ... ... das ist ein bisschen mehr dann ist es ein bisschen mehr wir haben noch ein bisschen mehr da sind wir hier Okay, ich kann es nicht mehr. so 1.0 1.0 6.0 2.0 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020